Moin Moin, Miro hier. Ja, ich zeige euch heute eine richtig geile App und zwar das YouTube Creator Studio. Das ist eine App für Android und iOS, mit der ihr als Kanalbesitzer alle wichtigen Daten zu eurem Kanal mit einem Blick sehen könnt. Da gibt es das Dashboard, ausgeblendet weiter oben, habe ich gerade runtergescrollt, sind die Einnahmen der letzten 28 Tagen und so weiter, also YouTube Analytics. Dazu gibt es hier auch ein eigenes Feld in der Mitte hier. Da könnt ihr euch sehr detailliert alle Sachen anschauen, die ihr auch im Internetbrowser anschauen könnt, also Aufrufzahl pro Video und so weiter und so fort, wer eure Videos guckt. Ziemlich geil gemacht. Ihr könnt außerdem die Videos euch anschauen, die ihr so gemacht habt. Hier mein erster Versuch, der Daniel Dirty Cross hat mich gewarnt, dass ich meine Einnahmen nicht offenlegen darf. Das hatte ich im ersten Video gemacht. Ja, die Beschreibung hier werde ich gleich kopieren. Und geil ist eben, ihr könnt nicht nur die Beschreibung und so weiter verändern und den Titel, sondern auch den Datenschutz. Also ist das Video öffentlich, nicht gelistet oder privat? Kann man also mal eben jetzt sehr angenehm von unterwegs machen, die Monetarisierung einschalten. Hier Kommentare und so weiter zulassen. Ist ziemlich, ziemlich angenehm, dass man sowas mal on the go ein bisschen verändern kann. Eine Funktion zum Videos hochladen habe ich noch nicht gefunden, die gibt es aber ja in der normalen YouTube-App. Ja, aber das absolute Killer-Feature ist für mich, dass man Kommentare beantworten kann. Und ich klicke jetzt hier mal auf mehr Anzeigen oder ich tippe drauf. Und dann seht ihr gleich, ich habe alle Kommentare der letzten paar Minuten im Blick. Und ja, bei meinem letzten Video, das ich eben runtergenommen habe, haben sich auch ein paar Leute schon direkt gefreut über die App. Und ja, ich freue mich auch. Jetzt kann man jederzeit ganz einfach einen Kommentar beantworten, gegebenenfalls löschen, den User blockieren oder einen Daumen hoch geben. Oder den Kommentar melden, auch wenn wir wissen, es bringt nicht allzu viel. Total genial. Jetzt kann man das endlich mal machen, wenn man einfach mal zwischendurch ein paar Minuten oder auch nur ein paar Sekunden Zeit hat. Und man hängt dann nicht nach ein paar Tagen mit so einem großen Wust an Kommentaren da. Ja, vergessen zu erwähnen eben habe ich, man kann auch die Videos in den Playlists organisieren. Das ist auch ganz gut gemacht. Hier zum Editieren, der Playlist, ups, wir wollen, ja, neu nach alt. Das speichere ich jetzt einfach mal nicht. Okay, ja, und dann hat man eben auch unterwegs die Möglichkeit, seine Videos schön zu sortieren. Und ja, das finde ich ziemlich cool gemacht. Ja, das war es also zu der App. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch erleichtert sie auch ein bisschen die Arbeit und lässt euch mehr Zeit fürs Hobby. Ja, viel Spaß damit. Grüß aus dem Norden.